Musik Hallo meine lieben Fabellas, ich befinde mich gerade hier am Set meines ersten Musikvideodrehs und oh Gott, ich bin so aufgeregt und ich hätte das noch nie gemacht, mal für YouTube, aber jetzt wird es ja professionell gemacht und ich hoffe, euch gefällt das und ich bin so aufgeregt. Wuhu! Musik Ja, meine Hände sind nur kalt, nur wärmen hier. Heizung, dafür ist er hier. Musik Musik Also, ja, wir haben den ganzen Tag schon gedreht und mir ist ziemlich kalt und ich glaube, auch dem ganzen Team ist ziemlich kalt, aber es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Und ich habe schon ein paar kleine Szenen eben gesehen und ich bin so aufgeregt jetzt und das sieht so cool aus und ich hoffe, dass das auch hinterher gut aussieht mit der Musik und das ist alles total spannend und macht Spaß und ja, ich freue mich. Musik Heute ist Tag 2 meines Videodrehs und heute geht es darum, dass ich shoppen bin und der Julian, also der spielt den Freund, also mein Freund im Musikvideo, ja, der sucht mich, ob er mich findet, das weiß ich noch nicht und ja, ich habe ganz viele Tüten bei, Produkte und ja, mach so richtig ein auf Mädchen und das Team von uns ist schon in Aufbruchsstimmung, die packen ihre ganzen Sachen und arbeiten hart, wir alle arbeiten hart und aber wir haben Spaß dabei, wir freuen uns. Ja, der Drehtag ist jetzt erstmal vorbei, also noch nicht ganz, wir drehen nachher nochmal und jetzt ist erstmal schönes Essen angesagt. Und ja, ich glaube, das wird ein ganz schönes Video. Ich glaube das auch. War zumindest mal sehr anstrengend und lecker. Dieses Gefühl Es wird von nie wieder einsam sein. Schmidi Dieses Gefühl Es wird von nie wieder einsam sein. Dieses Gefühl Es wird von nie wieder einsam sein. Dieses Gefühl Dieses Gefühl Dieses Gefühl Dieses Gefühl Es wird von immer wieder einsam sein. Es war Sand Dieses Gefühl